Herzlich Willkommen meine Lieben Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal, wir werden heute hier das IcanPick öffnen, maximal 86er Rating, gucken wir mal was wir hier bekommen, wir werden das nicht auf meinen Account öffnen, hab das noch nicht gemacht, weiß auch noch nicht ob ich das mache, wenn ihr das natürlich macht, könnt ihr gerne schreiben in die Kommentare was ihr gezogen habt oder ihr kommt später im Stream vorbei und öffnet das sehr sehr gerne in meinem Stream, Lana stellt uns das hier bereit, das IcanPick und Pack besser gesagt würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und gucken wir mal was wir hier bekommen, ich hoffe die die gönnen was geiles, Vira, Rulit, Zamprotta, es gibt ein paar leckere, wir gehen einfach mal rein, komm gib einen Big Boy, komm EA Sports, nicht geiern, gönn was gescheites, ach du heilige Makrele, ja ich glaube das ist mit so einer der räudigsten, den man kriegen kann, ich dachte erst schmeicheln, aber Lautrup ist ja, die SPC kostet wahrscheinlich so roundabout, 130.000 und der kostet 80.000 ja, das ist auf jeden Fall eine absolute Volltonne ähm, ja Freunde ich hab gesehen, wie schlecht es sein kann machen wir noch das Pack zum Abschluss auf ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, gebt es sehr sehr gerne einen Daumen nach oben ja, hier ziehen wir noch ein Porti, hätten die lieber mal den SCN gegeben beim IcanPack gerade ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja gebt einen Daumen nach oben, Freunde, lasst ein Abo da ich wünsche euch einen schönen Abend out therein, ciao ciao du bist auf der Suche nach günstigen Spielen, PSN Karten, FIFA Points oder sonstige Sachen für deine Konsole dann schau sehr sehr gerne bei meinem Partner Eneba vorbei unten in der Videobeschreibung alles reduziert schau sehr sehr gerne vorbei danke für deinen Support